Wie gesagt, ich mache Chequiveras und ich mache alles Mögliche. Ich mache die Fußballerbeeren, Nürnberg und Fürth als Nachbarn natürlich. Ach so, ah ja. Nürnberg und Fürth. Aha. Und das sind Nachbarn. Ich will ja nicht die Leute verprellen. Ne, ne. Ach, die Nachbarn. Aber ich finde das ganz witzig, dass die Nachbarn sind. Und das ist meine Neuhauteuer, das ist das Bratwurst und das Lappküchen. Ich seh's gerade, ja, ja. In den Farben, das Mädchen habe ich die Tasche mit dem Logo, mit dem Franken-Logo. Die Farbenstimme nach oben. Meine Hommage an Herrn Wimmer. Bären Wimmer, Crea-Lisa. Schöne-Weihnachtengala.com.tv Und dann kann man das im Internet platzieren.